Herzlich Willkommen auf der Laufwürse Marsch Es ist unser Glück bei der Aussage auf Feld 16 Baumwolle Ich bekam ihn schon jetzt nicht raus, musste ihn zurück setzen Leider war das Sargut mit Dünger komm und weg Ich habe den Kurs neu berechnen lassen mit Runden Ecken Den jetzt testen wir gleich gut klappt Denn beim Rundbauer nur rumfahren und muss mich auf Umstandigerweise wenden und nach dem Tun Das klappt gut Gut, jetzt können wir uns ums andere Feld kümmern Das dauert bestimmt lange Okay Wird leider keine Nutzung Zeit angezeigt Bei der 5. Version kommt die 17er Nur Lutzung Zeit angezeigt Zeit die man braucht Egal, gleich an Zeit Indes machen wir die Ernte auf L1 Dazu Werden wir mal den Kurs berechnen Da können wir schauen, dass kein Wasser in der Nähe Da können wir schauen, dass kein Wasser in der Nähe Ja, so gefällt mir das Ja, so gefällt mir das Die Ecken kann man ja nacharbeiten Die Ecken kann man ja nacharbeiten Die machen wir gleich Da stellen wir Stroh auf Die können wir nicht verzichten Die können wir nicht verzichten Lassen wir mal fahren Lassen wir mal fahren Upp, die Ecken kann man ja nicht Das ist meine Muttersäge hinter Fabros weg Aber wir haben uns weiß Kann man ja Reagieren So Das läuft schon mal Unsere schöne Gerste Zweiten Schritt Jetzt machen wir meinen Abfahrer fertig Bevor Bevor Derjenige zu voll ist Dann machen wir den Kalken durch Jetzt haben wir den Kalken durch Jetzt haben wir den Kalken zum Feld M1 Z Natürlich sind wir, wenn das schon gemied, äh getroschen wollen wäre Mag da jetzt nicht rein fahren Und dann drehen über die Hecke. Was ist für dich der Zaun, Mann? Geh vor, ist mal geschehen. Start wie immer. Fangen wir auf der nächsten Seite. Machen wir einen Abladepunkt. Drüber hinweg. Fangen wir dann zurück. Das ist der Kurs über Kreuz, das muss ich vermeiden. So, angekommen. Rennen. Von der Kurss. Da ist der Kurss. Fangen wir gleich nach oben an. Okay. So, das ist der Kurss. Das ist der Kurss. So, das ist der Kurss. Dann, ich gebe fast. So, das ist der Kurss. Überwachen. Sollte eigentlich funktionieren. Das klappt. Sollte eigentlich funktionieren. Und nicht wird es daran zu schwer. Ja, Kontrolle muss sein. Oh, viel Blauprolle. Da muss ich ja viel Forecast geben. So, das ist ein Kalkschwein. Sollte eigentlich. Sollte eigentlich aus. Da kalt wieder die Reihe. Sollte. 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 Kennen konnte. Ja, das klappt. Aber zu wenig Strom. Gedenktes Feuer. Da muss auch Kalk rein. Ja, da warten wir sowieso. Ja. Ja, Strom. Rausbaden, dritten Traktor. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zwei Runden gefahren und zwei Runde leer. Wenn ich die Habs verkaufe und die Soja... Dann wird das noch nicht ganz reichen. Fast leer. Die Aufwand. 3%. So wie wir sehen, die Zeit wird abgelaufen. Ich sag mal... Ich danke schon mal voraus. Würde mich freuen, wenn ein Like dagelassen wird. Auch gerne über ein Abo. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.